Du dich mit Wu und Kai zusammen, um es in dem fantastischen Shetmeister Wu's Wasserfall zu DeLegon in Jagu Movie mit Dschungel Garmadon aufzunehmen. Zur Dschungelbrücke gehören auch ein aufklappbarer Käfig sowie eine verborgene Höhle, in der sich ein Skelett mit einer geheimen Karte versteckt. Ebenfalls enthalten sind drei Minifiguren mit unterschiedlicher Ausrüstung, unter anderem Wus Start und die vier Schwerter des vierarmigen Dschungel Garmadon Minus, um noch mehr Action bei den Rollenspielen zu bieten. Enthält drei Minifiguren, Wu, Kai und Dschungel Garmadon. Zur Dschungelbrücke gehören ein Torboden, ein aufklappbarer Käfig, eine verborgene Höhle mit einem Skelett, das eine geheime Karte in den Händen hält, Palmenblätter und durchsichtige Flamenelemente. Untertitelung des ZDF, 2020